Wir an den Universitäten müssen uns schlicht und ergreifend überlegen, ob wir es überhaupt noch zulassen können, dass Promotionen von außen in die Universität reinkommen. Die Promotion hat verschiedene Funktionen offenbar. Ich sage jetzt offenbar verschiedene Funktionen, weil eigentlich hat sie natürlich nur eine Funktion. Die wirkliche Funktion der Promotion ist, das eigene Feld, in dem man wissenschaftlich arbeitet, voranzubringen. Auch hier wieder ein Erkenntnisgewinn zu erzielen, die Wissenschaft ein bisschen voranzubringen. Und wenn es auch nur ein kleines bisschen ist, ein bisschen voranzubringen. Das heißt, bei einer Promotion muss man sich auf unbekanntem Gebiet bewegen und da in der Wissenschaft irgendwie seine Spur hinterlassen. Das ist das, was eine Promotion leisten soll. Da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Das gilt für jedes Fach, für jede Promotion muss das gelten. Aber offensichtlich haben sich in der Gesellschaft hier auch andere Tendenzen durchgesetzt. Es scheint sogenannte Karrierepromotionen zu geben. Also Promotionen, die man nur macht, um seine spätere berufliche Karriere zu befördern. Also man weiß, ich will auch gar nicht wissenschaftlich was weitermachen. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht für die Wissenschaft. Ich brauche diesen Doktortitel, um später irgendein Amt wo auch immer anzustreben. Und diese Promotion wird mir also später nützen. Das ist eigentlich eine Sache, die natürlich verwerflich ist. Darunter leidet natürlich auch der wissenschaftliche Anspruch einer jeden Promotion. Und das befördert natürlich auch Manipulation. Wenn mir also die Wissenschaft selber gar nicht wichtig ist, also mir ist es gar nicht wichtig, ob mein Gebiet sich jetzt weiterentwickelt oder nicht. Ich mache es also nicht aus Forschergeist heraus, eine Promotion, sondern weil meine berufliche Entwicklung im Vordergrund steht. Dann ist es natürlich völlig klar, dass mir auch der Weg, wie ich zu meinem Ergebnis komme, völlig egal ist. Und wenn ich halt seitenweise abschreibe, ist mir das auch egal. Und sowas kommt immer dann zustande, wenn eine Promotion in der Regel nicht betreut wird. Das heißt also, wenn eine Promotion nicht eingebunden in eine Arbeitsgruppe ist, sondern wenn jemand zu Hause sitzt, an seiner Promotion schreibt und dann irgendwann die Promotion einreicht und sagt, hier, das ist mein Ergebnis. Das sind die schwierigen Fälle. Es gibt Fälle, wo einfach seitenweise abgeschrieben wurde und dann muss man den Titel natürlich auch aberkennen. Die schwierige Sache ist nur, und warum Universitäten damit auch unendlich beschäftigt sind und warum das zum Teil auch unendlich lange dauert, sowas zu prüfen. Man muss immer prüfen, wenn ich jetzt die abgeschriebenen Seiten aus der Arbeit entfernen würde, bleibt ein Erkenntnisgewinn für das Feld übrig. Wenn ja, dann ist es nur handwerklich schlecht, aber die Promotion ist als wissenschaftliche Leistung ja immer noch anzuerkennen. Ich denke, das war zum Beispiel bei den letzten Fällen bei Steinmeier, bei Herrn Steinmeier und bei Herrn Lammert der Fall. Da haben übereifrige Plagiatsjäger gesagt, ja, da sind ja Sachen abgeschrieben und der hat vielleicht eine Fußnote nicht gesetzt. Aber offenbar ist da ein wissenschaftlicher Kern übrig geblieben, der diesen Herrn den Titel noch völlig zu Recht belassen hat. Das heißt, Plagiat ist nicht gleich Plagiat. Bei Herrn von und zu Guttenberg waren es ja so, 75 Prozent der Arbeit war abgeschrieben oder noch mehr. Da war ja sogar die Einleitung aus der FAZ kopiert. Das ist ein ziemlich eindeutiger Fall, wo alle sofort sagen würden, das ist abgeschrieben, da kann wissenschaftlich gar nichts mehr übrig bleiben. Das Problem ist nur, dass da so viel Raum dazwischen ist. Und wie gesagt, ich glaube, bei Herrn Steinmeier nach allem, was ich gelesen habe, und auch bei Herrn Lammert, das war völlig richtig, den den Titel zu belassen. Und hinzu kommt, das ist ein hochsensibles Thema. Also in dem Moment, in dem Sie eines Plagiats verdächtigt werden, sind Sie auch in der Öffentlichkeit schon ziemlich geliefert. Also auch das muss mit aller Sensibilität behandelt werden, das Thema. Ich glaube auch, dass der Fall Schawan falsch entschieden wurde. Auch bei Frau Schawan, sie hat in einem völlig ordentlichen wissenschaftlichen Umfeld gearbeitet. Sie ist betreut worden und sie hat schlicht und ergreifend wahrscheinlich, wie es in der damaligen Zeit bei solchen Fächern üblich war, einfach ihre Arbeit ein bisschen aufgepumpt dadurch, dass sie halt ein paar Texte übernommen hat. Aber ich glaube, wenn man Frau Schawan so geprüft hätte, wenn ich da diese Texte rausnehme, bleibt genügend wissenschaftlicher Kern übrig. Hätte Frau Schawan auch ihren Titel behalten? Ich bin kein Experte auf ihrem Gebiet, aber ich glaube, so ist es nicht geprüft worden. Aber es gibt halt Karrierepromotion, es gibt Fächer, in denen die Karrierepromotion ja auch fast schon üblich ist. Es gibt leider auch Professoren, die die Karrierepromotion annehmen, also die sich auch noch damit schmücken, möglichst viele Promotionen zu haben. Ich weiß es auch von meiner eigenen Universität, ich nenne jetzt überhaupt keine Namen, ich nenne auch überhaupt keine Felder, ich sage nur, es ist nicht in meiner Fakultät. Da kenne ich Hochschullehrer, da sind auf der Homepage 30 Doktoranden gelistet. Ich weiß aber genau, dass die sind da gar nicht beschäftigt am Lehrstuhl. Geht gar nicht, so gut sind die gar nicht ausgestattet. Das heißt, da gibt es offenbar 30 Leute, die glauben, eine Promotion zu machen an diesem Lehrstuhl, die können aber gar nicht da sein. Das sind für mich die schwierigen Fälle. Da wäre schon einer ein schwieriger Fall, wie gesagt, der kommt von außen, aber da stehen sogar 30. Und da müssen wir Regeln finden, wie wir das eindämmen. Wir haben zum Beispiel hier eine Rahmenpromotionsordnung erlassen, die immerhin fordert, dass die Promotion in einem gewissen strukturierten Rahmen stattzufinden hat. Das heißt also, der entsprechende Prüfungsausschuss, den es da gibt, der wird dann hingucken und sagen, ja, wo ist denn hier jetzt die Betreuung der letzten Jahre gewesen? Und ich bin mal gespannt, ob es von den 30 Promotionen, die da gerade angeblich laufen, überhaupt eine zum Abschluss kommen wird. Das wird man dann ja noch sehen. Und das sind die schwierigen Sachen. Und natürlich ist es so, in vielen Bereichen werden einfach zu viele Promotionen gemacht. Das ist völlig unbestritten.